Nee, nee, sorry. Wir werden die nicht die Wut nehmen. Sie müssen lernen, umzugehen damit zu lernen. Ich meine, das Spiel wird uns wieder krumm nehmen und wird dann wahrscheinlich sie dazu bringen, den Iven zu schlagen und so weiter. Wir werden uns dann ewig freuen, dass wir ihnen nicht geholfen haben, dass wir die Wut nicht genommen haben und so. Aber es ist halt, dass wir ihr die Wut nehmen. Was ist dahin? Und sie in Ruhe lassen, dass sie auf die Tür wieder weggehen. Nein, weint es nicht. Bei ihr bleiben, mit ihr reden, das ist mit ihr... Ihr sagen, dass sie das so verdammt nochmal nicht... Dass sie keine Böse ist, dass sie keine... Aber, nee. Ich kann es nicht. Es tut mir leid, Charlotte. Auch wenn das vielleicht ein Scheiß ist und das Spiel mir das ewig übernehmen wird. Jetzt wird es daran sterben. Sie beruhigen, genau. Du bist stark. Du packst das. Genau das. Naja, wir werden sehen. Weerspiel. Jetzt komm. Ich weiß, Life is Strange und Logik und Videospiel und Logik ist immer nicht so unbedingt vereinbar, aber... Das ist nicht irgendwie ganz drin, aber... Gerade bei Life is Strange und ähnlichen Spielen. Okay, okay. Pass auf. Wird Typhon von den Illuminati geführt? Das erklärt das verschwörerische, dreieckige Logo. Boom. Cool, geknackt. Hey. Alex! Und... Wie lief die Sache mit Charlotte? Ich konnte nicht helfen. Ach komm. Klar kannst du helfen. Ich glaube, sie würde wollen, dass es zwischen uns bleibt. Sorry. Natürlich. Musst dir nicht leid tun. Also, bitte sag mir, dass der USB-Stick alle Geheimnisse von Typhon enthüllt. Noch nicht, aber... Alex... Wir haben eine Aufnahme von Gabes Anruf gefunden. Das heißt, er hat mich gelogen. Das... Sollte ich mir wohl anhören. Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Okay? Ich muss es wissen. Wir sind für dich da. Gucken dazu. Oh Gott. Ich kann nichts anderes machen als die Aufnahmen abspielen. Ich muss es wissen. Also muss ich mir diesen Anruf anhören. Na komm. Auf geht's. Sicherheitsdienst. Mac? Ich bin's. Mac? Ja, okay. Hör einfach zu. Du musst unbedingt die Exklusion ablasen. Ich habe ihn abgefunden. Ich habe ihn abgefunden. Scheiße. Er könnte dabei drauf gehen. Was zum Teufel stimmt nicht mit euch? Er hat sich davon geschlichen. Wir sind jetzt hier oben und versuchen ihn zu finden. Mac? Bitte. Okay, ich bin dran. Wir stoppen die Sprengungen. Fuck. Ich habe keine Ahnung, wie tief ich deshalb in der Scheiße sitze. Danke, Mac. Spare dir das. Ich mache nur meinen Job. Holy shit. Sie haben ihn ignoriert. Das ist echt abgefuckt. Du weißt, dass es übel ist, wenn Mac sich als der Gute herausstellt. Ich meine, das war ja eh schon klar. Alles okay? Das ist eigentlich der Böse, sondern das ist eher gelogen. Wir machen diese Wichser fertig. Auf dem USB-Stick finde ich, was ich brauche. Ich muss ihn unbedingt durchsuchen. Erstmal mit Steph sprechen. Die buchstäbliche, was auch immer bei Typhon abgeht, hätte Gabe nicht das Leben kosten dürfen. Wir werden sie drankriegen. Für dich, Gabe. Also. Wie gefickt sind wir? Falls wir es nicht selbst rauskriegen, kann ich Diane die Wahrheit auch mit meinem Charme entlocken. Oh, glaubst du das wirklich? Äh, ja. Du warst doch live dabei, oder? Wir kriegen sie dran. Okay? Ja. Ja. Das werden wir. Stimmt klar. Hat er. Da geht er uns. Hoffen wir mal, dass es auch was bringt. Es sind die kleinen Dinge, die zählen. Auf jeden Fall. Oder Gabe. Super wichtig für jede gute Ermittlung. Jetzt hätte Gabe sicher nichts dagegen, wenn seine kleine Schwester seine Sachen durchwühlt. Ein ungeklärter Fall und ein Schales Bier. Die hat Ryan aus der Station mitgebracht. Hoffentlich kann ich sie jetzt gebrauchen. Mhm. Mhm. Tape & Pitch. Automate & Processing. Okay. Na, dann benutzen wir es. Gabe's Anruf kam um 20.41 Uhr vom Satellitentelefon. Ich sollte mir den nächsten Anruf anhören und sehen, was ich rausfinden kann. Mhm, ja. Ich finde raus, was nachgebe es. Anruf um 20.41 Uhr passiert. 15.14 Uhr. Achso, hier. 28.4. Sepplittentelefon. Ich zeige jetzt hier 15.14 Uhr. Achso, hier. 28.4. Sepplittentelefon. Aber sicher doch. Cool. Dann hätte ich gerne eine große Portion Spicy Nuggets. Mhm. Okay. Und möchten Sie dazu Pommes und Soße oder Kartoffelbrei und Soße? Puh. Äh. Okay. Ich... Hallo? Ach, scheiße. Ähm. Ähm. Brauchen Sie noch kurz? Nein. Nein, ich nehme, äh, die Pommes. Äh, den Kartoffelbrei. Ja. Einmal den Kartoffelbrei. Kartoffelbrei zu... Oh mein Gott. Hallo? Sind Sie noch dran? Ja. Nein, ist okay. Nur den Kartoffelbrei. Oh, okay. Eine große Portion scharfer Nuggets mit Kartoffelbrei. Sie können die Bestellung in 30 Minuten abholen. Danke, dass Sie bei ACFC bestellt haben. Danke. Das war fesselnd. Das war die wichtigste Nacht überhaupt. Lance Bloom, hier spricht Riley. Wie kann ich Ihnen helfen? Ey Süße, ich bin's. Mac! Hey! Was geht's? Privates Gespräch von Arbeiteros. Was soll das? Ähm. Ich bin mir nicht sicher, was den Teil hier angeht. Es ist Mac. Ist das Gabe? Hey, Mac. Können wir später reden? Ich hab grad zu tun. Was machst du denn? Wir sehen uns nach der Arbeit, ja? Warte mal, warum ist Gabe da? Okay. Bis später. Ich liebe dich. Riley, warte! Oh, Mac. Hm, hm. Phum, hm. Können Sie beschreiben, was Sie sehen? Also, ehrlich gesagt, nein. Können Sie uns nicht einfach nochmal jemanden vorbeischicken? Ich schicke Ihnen heute Nachmittag jemanden. Das ist alles weile. Schönen Tag noch. Das bezweifle ich. Ekelig. Trafen Mimengesellschaft, Diane hier? Hi, Diane. Rose aus dem Rathaus hier. An dem Tag um 10 Uhr. Hey, Rose. Wie geht's dir? Ach, um diese Jahreszeit ist immer viel los. Hast du einen Moment? Ein paar Leute haben Fragen bezüglich der Erweiterung. Ich hatte gehofft, du könntest mir ein paar davon beantworten. Und ich leite die Antworten dann weiter. Es wäre doch interessant, was davor passiert ist. Ich helfe so gut ich kann. Wie lauten die Fragen? Eine Sekunde. Bis jetzt noch nicht so sehr, aber... Okay, die erste Frage. Wie viele Jobs werden durch die Eröffnung einer zweiten Grube geschaffen? Wir fangen mit 25 neuen Stellen an. Aber wir rechnen damit, dass diese Zahl im ersten Jahr auf 45 ansteigen wird. Moment, das muss ich mir kurz aufschreiben. Alles klar. Ja, weiter geht es mit einer Reihe von Fragen zu Verschmutzungsrisiken, Wasser- und Luftqualität. Ja, sehr interessant. Wie sieht es damit aus? Ich leite das gerne an unsere Umweltabteilung weiter. Sie werden sich mit den relevanten Fakten und Zahlen bei Ihnen melden. Alles klar. Kein Problem. Zu guter Letzt wollen Sie noch wissen, ob mehr Minenfahrzeuge durch die Stadt fahren werden? Ja, unsere logistischen Anforderungen werden mit der Erweiterung steigen. Aber um die Lärmbelastung zu minimieren, werden wir uns ausschließlich an genehmigte LKW-Routen halten. Und natürlich nie nach 18 Uhr fahren. Nie nach 18 Uhr. Vielen Dank, Diane. Das waren erstmal alle Fragen. War mir ein Vergnügen. Einen schönen Tag Ihnen, Rose. Dir auch. Diane ist echt gut darin, so zu tun, als sei sie ein Mensch. Bei der Stangepersonal? Da bin ich einmal gespannt. Hängt hier ein Anruf. Okay, okay, okay. Aber erstmal hier. 28.04.11.U26. Hallo, ich rufe für das Amt für Land und Ressourcen an, um die Inspektion für nächste Woche zu bestätigen. Ich leite Sie weiter an Diane. Danke. Diane hier? Hi, Diane. Ich rufe an, um die Inspektion zu bestätigen. Richtig. Hatten Sie Gelegenheit, meine E-Mail dazu zu lesen? Hatte ich. Sieht alles gut aus. Wollt mich zu hören. Dann bis Donnerstag. Mhm. Schönen Tag noch. Gleich weit. Es muss sehr viel von diesen Inspektionen abhängen. Das hier war wahrscheinlich die besorgte Nachricht. Sicherheitsdienst. Mac, ich bin's. Fick dich, Jen. Ja, okay. Wör einfach zu. Du musst unbedingt die Ex... Lina, Diane hier. Wir haben ein Problem. Sie machen Witze. Ein Kind hat sich in der Nähe der Grube verlaufen. Wir müssen es verschieben. Lina? Haven ist ihr Gebiet, Diane. Es ist ihre Entscheidung. Ich weiß, dass ich sie nicht an die Risiken erinnern muss. Jemand könnte verletzt oder getötet werden. Das haben wir doch schon besprochen. Wer sich da oben auffällt, hat alle Warnhinweise ignoriert und trägt dafür die volle Verantwortung. Wir reden hier von einem Kind. Ich bitte doch nur um einen Tag. Wenn Sie die geplante Sprengung verschieben, riskieren Sie Reyes Entdeckung. Das wäre ein Risiko für die gesamte Firma. Wollen Sie das? Reyes Entdeckung? Nein. Nun, dann ist Ihnen ja völlig klar, was Sie zu tun haben. Melden Sie sich danach per Mail. Mach ich. Was zum Teufel ist Reyes? Das muss echt wichtig gewesen sein. Vielleicht schreibt Diane mehr darüber in Ihrer E-Mail. Vielleicht. Dann möchte ich die Sprengung eingeleitet. Sehen wir mal, ob ich Sie finde. Nein, ich will noch weiterhören. 20.43 Uhr direkt nach dem Anruf ist ein Befehl zu Sprengung gekommen. Lena. Hallo, Diane. Ich darf annehmen, dass Sie Ihre Emotionen wieder im Griff haben. Meine Emotionen? Jemand wurde gestern Abend getötet. Aufgrund einer Entscheidung, die Sie getroffen haben. Ich denke, ich wäre an Ihrer Stelle jetzt sehr vorsichtig. Wessen Kopf, glauben Sie, wird wohl eher rollen? Ihre? Oder meiner? Sie bitte. Natürlich fühlen wir uns alle verpflichtet, Ihnen durch diese schwierige Zeit zu helfen. Es wäre doch zu schade, wenn jemand wegen dieses unvermeidbaren Unfalls zum Sündenbock nirrt. Diese Mistkerne. Unvermeidbarer Unfall. Wer weiß noch von den Leuten auf dem Berg? Nur mein Sicherheitsmanager Mac. Er erhielt den Notruf kurz bevor ich Sie kontaktierte. Können wir Ihnen vertrauen? Ich denke, ich kann ihn davon überzeugen, sich loyal zu verhalten. Sehr gut. Es gibt nur eine Kontaktstelle und die haben wir unter Kontrolle. Dann sollten wir das schadlos überstehen. Wir hören uns bald wieder. Schadlos überstehen. Die Kriegsscheine. Das sind nur Bilder. Dian Jacobs hier. Lina sagte mir... Ja, hab Ihren Anruf erwartet. Okay. Ich bin nicht sicher, was wir als nächstes tun sollen. Geben Sie mir alle relevanten Informationen zu den fraglichen Angestellten. Name, Telefonnummern... Ach, du Scheiße. Wir übernehmen den Rest. Verstehe. Kommen Sie einfach vorbei. Mein Sekretär wird alles notieren. Niemand wird erfahren, dass Sie hier waren. Alles klar. Okay. Ich komme Rocky. Wunderbar bis morgen. Es ist so abartig, dass Typhon Leute beobachten lässt. Der Mac auch spüren wird. Rocky Mountain Gesetz. Typhon Meme Gesellschaft, Dianne hier. Hallo, Dianne. Rory Prahr. Ich arbeite für die Rocky Mountain Gesetz. Wir drucken morgen einen Artikel über den Unfall von letzter Nacht. Möchten Sie einen Kommentar abgeben? Ja, sehr gern. Der Unfall gestern Abend war eine Tragödie. Und das liegt ganz besonders daran, dass nur ein Anruf ihn hätte verhindern können. Ein Anruf... Die Schweine. Könnten Sie das weiter ausführen? Aber natürlich. Typhon hat rund um die Uhr einen Sicherheitsmanager vor Ort. Den Anruf... Ein kurzer Anruf von Herrn Chen an unsere 24 Stunden Notruf-Rotline hätte uns gewarnt, dass sich Menschen in der Gefahrenzone befinden. Wir hätten sofort reagieren und die Sprengungen verhindern können. Besteht die Gefahr, dass noch andere Bürgerhavens wie Gabe Chen verunglücken könnten? Auf keinen Fall. Auf jeden Fall. Solange Sie Warten weiter beachten, sind Sie in Sicherheit. Und sollte es einen Notfall geben, ist unsere Notruf-Hotline rund um die Uhr besetzt. Aber die werden ignoriert. Gut. Wir werden Ihre Stellungnahme mit abdrucken. Vielen Dank für Ihre Zeit, Dianne. Einen schönen Tag noch. Ich habe beim Zuhören fast gekotzt. Same. Typhon Minengesellschaft, Dianne hier. Dianne, hier ist Jason. Hallo, Deputy. Habt ihr gute Neuigkeiten für mich? Es sieht ganz so aus. Der normale Betrieb darf ab sofort wieder aufgenommen werden. Die Grube wird nicht länger als aktiver Tatort angesehen. Das ist eine große Erleichterung. Nur um deutlich zu sein. Die Ermittlung läuft weiterhin. Und Typhon wurde noch nicht von den Anschuldigungen freigesprochen. Natürlich, ich verstehe. Aber können wir wieder mit dem Abbau beginnen? Ja. Die Arbeiten dürfen wieder aufgenommen werden. Gibt es sonst noch was? Nein, nein. Das ist viral. Okay, danke für den Abbau. Ja, kein Problem. Machen Sie es gut, Dianne. Ebenso. Scheint viel leichter zu sein, mit Mord davon zu kommen, als man hoffen würde. Hm. Es ist das... Es ist das Ulkigste wahrscheinlich. Typhon Mining? Dianne? Oh, hey, Joe. Wie geht's? Gut. Richtig gut. Ich habe hier eine Liste mit vielversprechenden Kandidaten, die wir besprechen könnten. Es sind etwa 40 Namen. Gute Arbeit. Wann können wir die Liste durchgehen? Hm. Also, Dianne. Kann ich ganz offen sein? Immer. Na ja, wir haben alle die Nachrichten verfolgt und... Sorry, dass ich da bin oder sowas denke. Also, Joe, ich will mich bloß vergewissern, dass es wirklich Stellen gibt, die auf diese Leute warten. Mach dir bitte keine Sorgen. Wenn du qualifizierte Kandidaten für mich hast, habe ich Jobs, die ich ihnen anbieten kann. Gut zu hören. Wie sieht es Dienstagnachmittag aus? Um drei? Klar. Großartig. Dann bis bald. Bis später, Joe. Hoffentlich zahlt Typhon eine nette Abfindung. Was genau, weil er ist jetzt bei... Okay, scheint irgendwie ein... Scheint irgendwie nicht so wirklich das, was ich erwartet habe, zu sein. Irgendwie scheint irgendwie so eine Art... Psychologisch bunt zu sein. Irgendwie bin ich jetzt richtig sehr... Das ist halt... Okay, E-Mails. 28. Ja. Von diesen Inspektionen scheint echt viel abzuhängen. Volker, Dennis und Jacobs, die Aldaya. 6.5. um 10 Uhr. Hi, Aldaya. Ich würde Ihnen gratulieren zu Ihren Bemühungen in der Einweiterungskampagne von Haven Springs. Ich habe gerade vom Staat gehört und wir haben offiziell alle Inspektionen bestanden. Wenn Sie sich etwas Champagner... Sie haben es sich verdient. Jetzt verbleibt nur noch die Abstimmung. Ich höre Großartiges über Ihren Fortschritt mit den Stadtbewohnern. Das Frühlingsfest zu sponsoren war eine nette Geste. Arbeiten Sie weiter, so wie... Arbeiten Sie weiter, so wie Sie sind auf der Zielgeraden. Zielgeraden zum Mord oder was? Das ist die E-Mail, die Diane erwähnt hat. Also, was ist Rhea? Ich habe Sie gewarnt, Lina. Ich habe Sie verflucht nochmal gewarnt. Rhea ging unbemerkt los, weil Sie darauf bestanden haben. Und jetzt jemand, das tut. Sie haben besser einen Plan. Ich gehe nicht deswegen unter. Zumindest nicht allein. Er hatte einen Namen und ein Leben. Und eine Freundin. Und eine Schwester. Rhea wurde unentdeckt ausgelöst. Gab es an dem Abend eine zweite Explosion? Sie hatten nur die Genehmigung für eine. Was hat Lina gesagt? Okay, eine zweite Explosion. Ohne die geplante Explosion wird Rhea entdeckt werden. Die zweite Explosion wird entdeckt. Die Explosion, die Gabe getötet hat, sollte nur von einer anderen ablenken? Aber wir haben keine andere Explosion gehört. Die muss woanders gewesen sein. Aber die Abdeckung hier funktioniert. Wenn wir herausfinden, wo sie stattfand, sehen wir vielleicht, wofür sie war. Wo war eine zweite Explosion? Das ist Rhea. Scheiße. Diese Karte ist zu klein, um zu sehen, wo es ist. Ich brauche eine Karte. Da ist eine Karte. Da war der Typhon-Mineneinsturz von 2008. Moment. Sie wollten mit einer Explosion in ihrer neuen Mine eine zweite in der alten übertönen? In dem Schacht wurde schon vor Jahren alles abgetragen. Da gab es nichts mehr. Was könnte dort unten nur so wichtig sein? Typhons alte Städte musste doch vor kurzem ein paar Mal inspiziert werden. Oder? Was, wenn sie da was erfüllen wollten? Also, haben sie ganz bestimmt nichts ausgegraben. Etwas begraben. Sie haben etwas begraben. Etwas, was lange verdickt war und jetzt verdickt bleiben soll. Also, Kapital abgeschlossen. Elks hat Steph gewählt, um Daniel abzulenken. 58%. 42 Jahren war ihm gewählt. Ah, hier bin ich in der Minderheit gewesen. Elks hat Charlottes Wut gelassen. Und die meisten haben Charlottes ihre Wut genommen. Also, ich habe mir gesagt, nee, die muss damit klankommen. Ich hoffe, das hat jetzt keine dramatischen Folgen, dass wir die Wut nicht genommen haben. Elks hat Diana Wut nicht gemacht. Ok. Elks hat Diana traurig gemacht. Von 75%. Ok. Elks hat sich Kings of Lion angehört. SugarPileWild hat man noch angehört. SugarPileWild hat man noch angehört. SugarPileWild hat sich noch angehört. SugarPileWild hat sich noch angehört. SugarPileWild hat sich noch angehört. Oh. Wir haben keinen Unkrieg gejätet. Das wird dramatische Folgen haben. Elks, Yvon und Elks gegen den Kampf nie K.O. Also, das ist ja auch mit den Schriftrollen, die wir hatten. Du hast ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich schwer da K.O. zu gehen. Ich meine, wir hatten genug Zeug, das war, das war da, das war jetzt, hm. 0% even gegen Kampf K.O. 1% gegen K.O. Ok. 0% 1% 3% ist. Da musst du schon wirklich keinen Kampf, keine Rolle einsetzen usw. Das ist schon. Und selbst dann, selbst die Angriffe waren nicht so, ja, ich glaube, wenn man nichts eingesetzt hätte, wenn man nichts gehört, wäre es wirklich knapp geworden, aber. Also ja, theoretisch, wenn man nur die, wenn man nur die einfachen Angriffe einsetzt und keine Feuerstärkte und keine Magiekräfte, dass man das nur so, wenn man nur einfach draufsteckt, draufsteckt, draufsteckt und dann, da muss man sich schon anstrengen, da K.O. zu gehen. Und dann haben wir, selbst dann haben wir eine K.O., eine Heilungsrolle, die uns wieder belebt. Das war eigentlich, dieses LARP war jetzt nicht dazu da, um wirklich einen ernsthaften Kampf darzustellen, ernsthafte Kämpfe darzustellen. Das war jetzt wirklich nur für die Unterhaltung. Um halt wirklich mit dem Ivan Spaß zu haben. Ein echtes LARP, mit wirklich echten Punkten, mit echtes Rollplay, wo es halt wirklich mit dem Tod geben, das wäre härter gewesen. Hätte man nicht so viele Rollen, nicht so viele Heilungen, nicht so viele, wäre es nicht so leicht gewesen, den Bossgegner zu besiegen. Troll wurde im Kampf getötet, haben die meisten, die Schlange wurde eingeschlichen, haben auch die meisten noch einen Kampf machen können, aber was so ist. Steph hat Alex geholfen, Tathons Pläne herauszufinden. Oh, Steph ist aus der Wirkung gestürmt. Das gab es auch noch in der Beziehung. Okay, das ist hier sehr gut, haben wir einen guten Weg genommen. König Thabo wurde im finalen Kampf besiegt. 100% König Thabo schon für seine Rache zurückzukehren. 100% Okay, Wynnie weiß nichts von Änderungserkrankheit, aber die meisten auch. Hat von der Demenz erfahren. Es hat der Studenten geholfen, sich kurz zu konzentrieren. Das ließ ja genau, hm, haben wir gut geschafft. Alex und Ethan haben das Rätsel des Narren gebürzt, ja. Und fast bei uns haben es nicht gemacht. Und hier habe ich auch Alex und Ethan haben dem Schmied bei seiner Arbeit geholfen. Ja, es war jetzt nicht so schwer. Muss man schon sagen. Die Rätsel und die Kämpfe bei dem, das war jetzt nicht darauf ausgelegt, irgendwie schwierig zu sein oder irgendwie ein ernsthaftes Abenteuer zu bringen. Sondern es war jetzt einfach, es war um den, um den Ethan, was am Ende dann doch nicht geklappt hat. Um Ethan wirklich zu machen und da ein bisschen Spaß zu haben. Das war jetzt nicht wirklich. Also wenn du wirklich ein ernsthaftes Abenteuer machen willst, dann wäre es anders gegangen. So, nächstes Kapitel, machen wir weiter. Würde ich sagen. Kapitel 4 müsste es sein. Auf geht's, nächstes Kapitel. Kapitel 4 Flacken Pike, es ist alles auf dem USB-Stick. All die Beweise, die du brauchst, um Typhon für Gabes Tod und noch vieles mehr dran zu kriegen. Okay, bring mit. Wir treffen uns in einer Stunde. Danke. Wir sehen uns. Bürger von Haven Springs, wir berichten live vom Frühlingsfest. Eine letzte Erinnerung. Holt euch beim Blumenwagen eine Rose, bevor sie alle weg sind. Beim allerersten Frühlingsfest in Haven vergaben heiratsfähige Frauen aus guter Familie und in gebärfähigem Alter Rosen, um einen Partner anzulocken. Was soll ich sagen? Geschichte ist echt schräg. Zum Glück ist die Sache mit dem Heiraten weggefallen, aber die Rosen gibt's noch. Und falls es jemand Besonderen für euch gibt, drückt eure Zuneigung nichts besser aus als eine Rose. Und ganz nebenbei sind sie auch noch ziemlich schick. Klingt witzig. Rosen vergeben. Mach ich sowas? Vielleicht. Ich entscheide mich unten. Ich wollte gerade sagen, wir gehen natürlich erstmal auf das Fest, bevor wir auf das Fest gehen. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Ich glaube, das wird der perfekte Afterparty-Snack. Okay. Ich wünschte, ich hätte Charlotte helfen können. Doch ihren Schmerz zu nehmen fühlte sich nicht richtig an. Ja, und du hast sie geholfen, denke ich. Der Tradition zufolge schenkt man seinem Schwarm auf dem Frühlingsfest Rosen, also... Ich hab noch nie von einem Mädchen Blumen bekommen. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, wie viel dir an traditionellen Geschlechterrollen liegt. Ich gehe dann wieder zu meinem Butterfass und dem Zierdeckchen. Klappe! Du zuerst! Ich hab da ja andere Pläne, aber gut. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid, was ich für Pläne habe. Erstmal schnappe ich mir den USB-Stick. Die Musik klingt ja schonmal sehr hübsch. Das ist eine verdammte USB-Stick. Ich wollte Jett von der Spüle erzählen, aber ich hab Angst, dass er versuchen wird, mir beizubringen, sie selbst zu reparieren. Fröhliches Frühlingsfest, Gabe. Ich erinnere mich, wie ich als Teenager vortrinken wollte. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen. Wo ist denn der Stick? Ach, da ist er. Was ist mit dem Schlüssel, den ich gefunden hab? Vielleicht öffnet er das Schloss. Okay. Zeit nach unten zu gehen. Oh, neue Nachrichten. Gehst du dich heute Abend zu uns, mein Lieber? Ja, dieser eine... Dieser einen Partie kann nicht die Stirn bieten. Ha, wir machen es so schmerzlos wie möglich. Das bezweifle ich. Wein, ein Loser mit einem gültigen Führerschein. G2 macht mich fertig. Grünes Licht für den Plan. Ablenkung, Ablenkung. Achso, hier, das war's. Super, was passiert in dieser Ausgabe? Kein Spoiler. Trainer findet ein Tor in die Unterwelt und kämpft gegen König der Dämonen. Oh Mann, das wird recht wie ein großer Spoiler. Die erste Seite 0. Glanz und Gloria. Was ironischerweise... Habe ich Bestand mit Glanz und Gloria? Was ironischerweise... Genau das ist, was ich heute sehe. Wenn ich meine Augen schließe. Ducky. Liebe Alex, was für ein grandioses Ereignis. Ich bin so froh, dass ich heute am Live-Action-Morplay teilnehmen konnte. Das hatte mich in meiner Zeit beim Theater zurückversetzt. Habe ich dir erzählt, dass ich für die Rolle von Falstaff in der Schulaufführung von den lustigen Weiber von Münze geübt habe? Mit genug flüssiger Motivation erinnere ich mich vielleicht an ein paar Zeilen. Und danke, dass du mich in die Festlichkeit einbezogen hast. Es ist schön, mich manchmal abzulenken. Genieße dein erstes Frühlingsfest. Ich kann mich noch an Mainz erinnern. So klar wie an der helle Tag. Mit freundlichen Grußen, weil geschehen wird, Mack Canister, der Ertritter. Danke, Ducky. Du warst echt wundervoll. Ich habe mehr als nur meinen Job geschehen, weil ich mit ihm geredet habe. Ich verstehe, Mack. Keine Sorge. Geh schlafen. Leichte gesagt hat's getan. Erstaunlicherweise ist Steph das dritte Jahr hintereinander beschäftigt. Ich erkenne hier ein Muster. Hm. Dann wird sie von einem spießigen Briten kommentiert. Vom spießigsten überhaupt. Richtige Antwort. Ich bin dabei. Alter, danke, du hast es voll drauf. Preisverlächtiges Badenmaterial. Danke, du warst auch unglaublich. Weißt du? Ach was. Du verdienst die Wahrheit. Typhon versteckt. Offensichtlich was. Mack hat immer noch Todsangst vor ihm. Ich bin jedenfalls im Laden, falls du irgendwas brauchst. Ich weiß es wirklich zu schätzen. Werte Zuhörern erheben. Wir senden jetzt live vom Frühlingsfest. Kommt bei unserem, wie erwarten Tag vorbei, um euch Tom von der Hose zu holen. Vielleicht etwas zu gewinnen. Zu dem Sinne lesen wir hier mal nicht weiter. Und zwar zwar, aber auch immer Zeit, dass ich mich verlebt habe. Wir fragen auch, wasser wir mal. Ich bin tommenehm, bei uns auf dem Tisch zu holen. Ich bin zu, bist du, bist du, bist du. Und du bist, bist du vor allem uns zu holen. Und du bist du. Ich will. Und du bist du nicht mögen zu weinst. Und du bist du, bist du dich, bist du bist? Vielen Dank.